Alle schön markieren natürlich. Hat mich jemand gesehen? Kein Plan. Der hat jedenfalls, auf jeden Fall, total rumgeschrien erst mal. Fand ich ja nicht so geil. Kommt der jetzt hier hoch? Wo müssen wir jetzt eigentlich schlagen? Wir müssen da nach oben. Da sieht man ja seine Laufwege irgendwie. Cool. Hui. Der hat mich gesehen. Scheiße. Nein, da war nix. Kehr wieder um. Ha. Ach, der hat mich wahrscheinlich da gesehen. Der da oben. Und das. Der hier. Wir laufen einfach mal hier weiter. Wie kommen wir jetzt eigentlich da nach oben? Hm. Moment. Da ist auch noch Ena. Ah, komm. Kill, kill. Oh, scheiße. Der hat mich irgendeiner... Oh, energie niedrig. Scheiße. Fuck. Hat nicht so wunderbar geklappt. Ach, scheiß drauf. Wenn wir gleich wieder sichtbar werden. Hm. Hi, Kollege. Na? Geht's dir gut? Mir auch. Munition. Kommen die jetzt hier gleich durch? Da wäre ja noch was zum Hacken. Sehr schön. Das machen wir gleich mal hier. Das Geschütz kann gleich mal hier auffräumen. Aua. Ist da schon jemand? Na? Ach da. Ist er tot? Scheint so. Ach, da ist noch Ena. Na, warte, Kollege. Bin gleich da. Na? Alles klar? Uh. Uh, da ist noch ein Geschütz. Komm, mach hin. Boah. Ach, wir müssen auf die andere Seite. Na, geil. Ah, scheiße. Aber wir leben noch. Hey, das ist die Hauptsache. Ne, Kollege? Was hältst du davon? Ja, finde ich auch, ne? Ja, du mich auch. Ob das gerade gut war? Ich weiß ja nicht. Was ist deine Idee bei dir, Kollege? Will die gar nicht. Oh. Ich hab doch gesagt, ich will die nicht. Ach, hier geht's gar nicht raus. Na, warte. Ich will hier raus. Okay. Muss ich doch da lang. Mann. Ja, bin da. Hey. Alles klar? Ja, ja, schieß mal. Ja, ja. Mach mal. Bin gleich da, ne? Kollege. Ricks echt auf die Fresse. Ja, verschieß ihn. Nein. So, Seilrutscher. Geile Scheiße. Yeah. Oh. Da war wahrscheinlich Munition für den Bogen. Oh, geil. Egal. Was war denn das? Da geht ja ordentlich Party. Psycho, irgendwas stört meinen Holt. Ich versuche es zu reparieren. Doch. rồi Så. Einfach hier runter. Scheinbar. Bei den ganzen Aliens. Ähm, ja. Na, geil. Nicht gut Scheiß Viecher Da sind zwei Aha Oh Ach schade Ich hatte gleich stauen Ich sehe dich Ich komme jetzt zu dir Hinter mir ist glaube ich einer Wo ist er denn? Der ist doch direkt hier irgendwie in der Nähe Da ist er Ist er dort? Ja Der ist hin Aber hier ist noch einer Oh scheiße Jetzt gib's dick auf die Fresse Noch einer? Ja Aha Warst du es jetzt endlich oder Will noch jemand? Ne da ist noch einer Ich weiß gar nicht ob ich die alle Erledigen jetzt muss Den Flanel Na komm Na geht doch Das ist echt eine geile Taktik Boah wie viele sind denn hier eigentlich? Na komm Aua Sag mal geht's hier gut Mann oh man oh Ich weiß auch gar nicht wo lang Hm Ich lauf einfach mal irgendwo hin Passt schon Ich glaub Wir müssen da Lang Glaub ich jedenfalls Ah das schaut gut aus Glaub ich Er kommt halt her Ist er da oben Ah da lang Hoff ich schon mal Kommt her und spielt mit mir Ihr Schweine Ah Ich überleg mir schon mal einen Fluchtplan Mach mal So Jetzt hab ich ein neues Spielzeug Alter Geiler Scheiß Geiler Scheiß Geiler Scheiß Was ist mit Ihrem Plan B 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 Okay Also da ist der Entwurf Sie denken er führt zur Braut Wow Wow Was ist denn jetzt los hier Was ist denn jetzt los hier Oh Scheiße Alter Jetzt geht's los Ja Gerne Los Go Go Beweg dich Beweg dich Oh man Die greifen mich hier gleich an Irgendwas hat er drum gemacht Das ist ja wieder mal großartig Typisch zentral Ich kann den Tunnel nicht öffnen Nicht aber ich Komm schon Unterwegs Na komm Renn Go Beweg dich Mir kommt es irgendwie so vor nebenbei Als wären die Alien irgendwie abgeschwächter Als bei Crysis 2 Bei Crysis 2 waren die recht stark Vielleicht kommt es mir auch nur so vor Gib ihm einen Schuss Okay Dann wollen wir mal Na los Du alte Kamelle du Gehen wir mal A Oh, ja. Das ist dein Plan, ja. Ich kann schon dir was nachher. Psycho macht einen auf Rambo. Michael Bay-Style. Ey, das ist Bockzoi. Alter. Boah, das finde ich richtig geil. Boah, Psycho, du geile Sau. Meine Fresse. Alter. Los, los, Psycho. Scheiße. Psycho, runter. Kaboom. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das war perfekt. Oh, ja. Ja, ja. Du hast es drauf, Kollege. Scheiße. Baby, hier ist dein Lieblingssoldat. Öffne uns ein Fenster zum Versteck. Wir sind in zehn Minuten da. Romeo 1 hier, Romeo Actual. Halten Sie sich an das Funkprotokoll. Und jetzt bringen Sie die Hardware nach Hause. Over and out. Gehen wir. Sie ist echt okay, wenn man sie näher kennt. Kein Wort von den Visionen. Okay? Okay. Psycho, warum bezeichnet Sie mich als Hardware? Was ist components als Hardware? Wir sind aus謝謝u.